Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir eine neue Monadetechnik bekommen und Melia getroffen. Und ich sehe da auch auf der Karte was. Also nein, war nur eine Person. Dachte es wäre eine Mission die ich abgeben könnte aber habe mich wohl getäuscht. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich, ja. Missionen, Colony 6. Bainless Bionist, sorry. Notversorgung. Ab heute von den Feldponyos auf den Bainless Bionist, drei Pony und Nacken. Alle anderen, war dies noch zeitbedingt und die auch noch. Zwei Trudarmfedern. Wie viele hier zeitbedingt sind. Fledereckzähne durch Mandeln. Okay, machen wir jetzt erstmal die Pony und Nacken. Die haben wir schon mal angefangen. Gebietsliste. Bainless Bionist. Aber vorher möchte ich noch was zeigen. Falsch. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe es mal auf YouTube gesehen. gesehen. Also, ich weiß auch nicht, ob es klappen wird oder nicht. Wenn die halt nur nicht so nah zusammen stehen würden. Aber seht mal, der eine lockt die zwei nicht dann, okay. Ist ja auch eine andere Rasse, so wie es aussieht. Ich stehe mal hier runter. Ich muss ihn halt irgendwie hierher locken. Ich habe etwas Angst, um ehrlich zu sein. Dass die zwei noch dazu kommen könnten. OMG, bleibt weg, bleibt weg. Ich lebe gerade ein bisschen gefährlich. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe es mal auf YouTube gesehen, dass es klappt. Dazu brauche ich Hypnose und Sperrbruch. Oh Mann. Kannst du herkommen? Moment. Das war nicht so geplant, dass du zuschlägst. Ich habe den Sperrbruch ein bisschen zu spät gemacht. Sie hat den Autoangriff vorher gestartet. Das hätte ich berücksichtigen sollen. God! Ja, möchte ich gerne sehen. So. Ich verwende noch etwas hier. Ja, springt runter. Springt runter. Los. Ihr seid schon am Rand. Springt runter, bitte. Nein, nicht umdrehen. Nein. Ach, kommt schon. Das ist nicht fair. Wie sie auf dem Boden fällt. Ich hoffe, du lockst dich nicht an. Ein Tick zu spät. Was, damit du überlebt hast? Ach, du Weile. Ich will den Trick machen. Komm her. Ach, komm. Ach, komm. Das war jetzt Epic Fail. Aber so läuft das. Ich hätte noch etwas weiter zum Rand locken sollen. Schulk und Schala können ich vermutlich noch nicht machen. Also, komm her. Ich werde nicht. Ja, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ja, das war mal wieder Epic Fail. Sie dürfen halt auch nicht angreifen. Und das habe ich jetzt wieder vergessen zu machen. Autsch, Schmerz, lass nach. So, du kommst. Ohne deine Gehilfen, bitte. Ach komm. Die überleben immerhin einen Schlag. Das ist immerhin etwas. Ich probiere es so lang, bis ich es geschafft habe. Komm, flieg runter. Nein, es hat nicht viel gefehlt. Wenn ich etwas sage, bin ich tot. So ist das nun mal. Kann ich wieder vergessen. Vorbei, vorbei, vorbei. Komm, mach schon. Ah, Fessler hat aufgehört zu wirken. Supi-dupi. Ich habe es wieder vergessen. Dass die nicht angreifen dürfen. Wieso hast du jetzt nicht funktioniert? Ja, schub mich runter. Schub mich runter. Ach komm, der ist jetzt richtig eingekesselt. Na, supi. Nicht angreifen! Oh man. Ich habe auf nicht angreifen gedrückt. Und was machen die? Die greifen an. Na, super. Ich will es schaffen. Ich will es schaffen. Aber ohne dich. Ja, komm. Und, und. Was? 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 Ich glaube, ich bin. Es hat nur noch ein Millimeter gefehlt. Es fehlt immer nur ein Millimeter. Ich glaube, ich bin. Es fehlt immer nur ein einziger Millimeter. Oh. Schlechte Position. Das war jetzt schon etwas tricky. Autsch. So, jetzt aber. Tschüss, 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 tschüss. Jawohl. Und tschüss. Yeah. Versiegt. Truhe. Truhe. Ja. Im Fall aufgenommen. Feinstes Horn. Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, ich will mich nicht weiter unnötig leveln. Und deswegen gehe ich zurück zum Magnawald. Deswegen gehe ich zurück zum Magnawald. Denn ich möchte nicht overpowered gegen den Boss kämpfen. Das wäre ein etwas lame. Aber Geduld zahlt sich aus, juhu! Nein, ich lass euch in Ruhe. Inferno-Rob da! Der Wald von Magna ist auch ziemlich cool. Da den Magna-Man. Ach komm. Machen wir dich auch noch dazu. Oh oh, ich bin in Gefahr. Ja, und es geht auf mich. Blutiger Kopfstoß. Natürlich mit Blutungsschaden. Ähm, wo ist Schub? Da war Schub. Ähm, what the fuck? Wo sind da feinbar die ganzen Vögel hergekommen? Du kannst dich nicht bewegen. Welch furchtloser Zank Trophäe erhalten. Ähm, Schub, kannst du Darnbend bitte heilen. Level 32er? Kein Mundarmer. Haben hier so schlechte Karten. Tornado-Dreh, ja. ETR-Angriff. Ähm, das ist gerade etwas mies. Yess. Wie Rossos. Wie Rossos. Wie Halt! Halt! Wir sind alle aus der Finnish-Sphere! Bernardo! Säge uns aus der Welt! JEEY! Dann Ben ist wieder.. tot. Ich bin eine Gruppe letzten Hoffnungen, oder was? Nein, doch nicht. Zum Glück. Panther Top. Uh, nice. Ist sicherlich besser als das Wappen Top. Von der physischen her, ja, auf jeden. 291, 288, ja, kommen die drei. Stärke hoch, nee, das ist nicht so für sie. Heilung, 20%. Ja, machen wir mal. So, ein Magnama noch. Aber zuerst erkunden wir noch ein Geheimgebiet. War klar, sie angreifen, nee. Ziemlich rutschig da oben. Autsch. Ich nehme ja nachdessen noch Blutungsschaden. Ähm. Funkelteich. Das war knapp. Ein bisschen zu knapp. Schon Level 34. Und ich glaube, der Boss hier ist auch nur Level 34, wenn man nicht alles täuscht. Ach komm, schaut jetzt in meine Richtung. Danke. Hier geht's nicht draus, aber hier. Ich würde vorschlagen, wir machen noch ein Magnama. Aber ohne den Vogel. Weißt du was? Schattenstich. Dann bleibst du da mal für eine kurze Zeit stehen. Äh, ich dachte, du bleibst da stehen. Egal. Yay, 12.000 Gold. Ich möchte gerne das ganze Panter-Set haben für Melia. Und tschüss. Nächstes Panther-Outfit. Nein, Dschungelärmel. Schade. Gehen wir weiter. Seetang-Pilz. Dich lasse ich in Ruhe. Dich auch. Wenn du mich angreifst, greife ich dich auch an, okay? Widerstanden, okay? Ach komm, zu früh. Luftige Heilung. Knotenbaumtor. Knotenbaumtor. Ich gehe da nicht hoch, weil das ist ein bisschen so ein verwirrendes Wegsystem für mich. Obwohl es eigentlich sicherer wäre, nur ich bin Level 34 und die 31. Ich bin gerade immer so groß wie der Fuß. Leakit Brachiat Hallo Kumpel Hallo Wie geht's dir so? Du fühlst volle Blätter vom Baum, ok? Dann will ich dich mal nicht weiter stören. Ja, zum Glück ist dieser Gegner hier friedlich. So, jetzt muss ich noch rauf. Kannst du mir hoch helfen, bitte? Wohl nicht. Dann eben nicht. Und hier sind zwei von der Sorte. Hier rauf, hier rauf, geht doch. Ach komm, Level 33er. Und er gräft mich an. physische Abwehrhound da und der Abwehrhound da. So, dann geht's mal weiter. Schöne Aussicht hat diese Dinos. Äh, was bist du für einer, der da gerade wegfliegt? Werde ich wohl nie erfahren. Ach komm. Was willst du? Den Bier komme ich nicht mehr rechtzeitig zum Ziel an. In dem, in dem Part und wow, 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 wow. Es ist passiert. Wo kämpfen die bitte? Ähm, ich lasse Dunban einfach kämpfen. Wo kämpfen die eigentlich? Ah, da oben. Ok, dann sehe ich einfach nicht zu. Das müsste Dunban wohl alleine hinbekommen, oder? Ja, locker. Oder? 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 Da, da, man, das wird etwas knapp. Okay! Ähm, wer schiebt mich hier? Ach du! Hallo? Ach Level 97! Greift der an oder nicht? Der greift an. Lupus Lycos. Okay. Aber kein Miniboss. Ähm, wo ist der Weg nach oben? Ah, da. Perfekt. So, Schatztruhe holen und Part beenden. Da vorne. Immer schön weiter reinen. Yay. Der Schatz ist nahe. Schaff er kann. Ich laufe noch ein Stück weiter. Ähm. Okay, nein. Aber Leute. Und ich sehe gerade, ich hätte da einfach hochklettern können. Na ja. Der Part ist hiermit zu Ende. Im nächsten Part erkunden wir das Zielort. Also, bis zum nächsten Mal bei Xenoblade Chronicles. Tschüss.